jetzt wird es hier noch mal schwer auf meine alten tage jetzt rutsche ich erst mal wieder 10.000 meter bevor ich mal dahin kommen wo ich hin will er will nicht dieses schöne geräusch passieren wird damit hat auch der mix eben angefangen auch schön da ich habe die zweite plattform jetzt komme ich wieder jetzt komme ich dahin wo ich mich hin will mein gott wie im schlechten film hier ein sonic der unendliche palast hier oder was kann ich morgen noch rutschen hier ja da kommt er nicht vom wie springt denn der richtig ich habe mich zu drohen oder geht das wirklich nur irgendwie mit sehr viel geschick wenn es noch zehn tage dauert ich rutsche das war schon mal immerhin eine steigerung zu eben jetzt das war auch nicht allzu schlecht das war wieder schlecht wenn es kracht noch ein meter ja sonic sonic halter nein ich glaube ich weiß jetzt wie es geht ich muss nach könnte so gehen ja ich glaube ja quatsch natürlich okay entschuldigung dass so lange gebraucht haben da statt nach links zu drücken in die richtung die wir rutschen in die andere richtung drücken klar in die rechte richtung drücken ja ja es dauert alles ein bisschen länger bei mir ich muss mir das erstmal genau angucken komm her du morgen stern da oben tauche ich noch mal kurz auf wohl luft und runter runter mit dem ischel danke dass das schutzschild auch schon weg gleich am ersten hindernis großes tennis großes tennis da geht es irgendwo runter speicher ich aber mal weiß was hier alles auf uns zukommt erstmal wasser holen wasser luft 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 weg mit dir auch tschüss good night jawoll ach das arme kleine geschöpft süß erhält sich fest das auch schön gemacht oh nee speicher ich speicher lieber nicht ich jetzt nämlich keine luft mehr finden habe ich problem jetzt geht das bild wieder groß alter heute ist der wurm drin kommt schon luft ich muss gern mal knapp so mit ihr switchi switchi vor reggie auch hier kommt er dann ja jetzt wieder dran auch igel erst mal luft holen team 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 mit ihr geben wo ist jetzt aufgegangen lösst die luke ob immer an rechts irgendwo Jawohl. Ah, Hilfe, Hilfe. Danke. Ah, ich töte dir. Ich mach dich, Friedhof. Ich glaub, du bist dir des Ernstes nicht bewusst. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich mach mal ein Save. Ah, Entschuldigung. Ich vergesse immer, meinen Mauszeiger wieder rauszuholen. Checkpoint. Und jetzt hier. What geht denn jetzt hier ab? Ach so, sag's doch gleich. Hoch, 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 hoch. Hoch, hoch. Es steigt. Sieht aus wie bei Donkey Kong 2 hier. Sinkender Holländer. Das wunderschöne Level. Weg mit dir. Kommt wieder eine kleine Weißwurst raus. Nein, ich weiß, es ist eine Robbe. Ich hab jetzt inzwischen ja den sachdienlichen Hinweis bekommen, dass es sich um Robben handelt. Aber ich sag weiterhin Weißwurst. Schiedschuld, äh, Schutzschild. Ach du Scheiße. Uh, Endboss. Da geh ich doch gleich mal auf den Safe. Vorher schiebe ich hier ins Abenteuer stürze. Na, muss ich mir da noch verfolgen. Wird noch beballert hier von allen Seiten. Oh nö, oder? Muss das sein? Wasser steigt. Alter! Fall bloß nicht runter, Freundchen. Ah, jetzt ist es passiert. Lodi. Danke, Schutzschild weg. Danke, Ringe weg. Ah, ich hab natürlich keine Ringe. Klar. Ach, Sonic. Sonic. Alter. Wird das Spiel jetzt tatsächlich nochmal schwer? Soll das dann die Möglichkeit sein? So ein Spiel für Kinder eigentlich. Das ist das Problem. Als Kind spielt man besser als jetzt als junger Erwachsener. Oh, ha, 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 quick load. Weg mit dir, du Spitze. Ich glaube, hier ist eher Ruhe bewahren angesagt. Weg mit dir. Danke. Das geht viel zu schnell. Ah, ficken. Ich glaube, ich muss hier dazwischen jetzt auch noch ein paar Saves machen. Nein, das will ich nicht. Ich will mein Schutzschild noch behalten. Ach, dann Leco Mio. Da nehme ich mich. Ich hab noch gespottet irgendwie die Endbosse, dass die so leicht sind. Ja, der Endboss selber ist wahrscheinlich auch leicht, aber den erstmal zu kriegen, das ist die Kunst. Ah, kommt die Galle schon wieder hoch. Das ist scheiße. Oh, der Blinke irritiert mich. Danke. Jetzt brauch ich trotzdem mal ein Save. So. Ah, klar. Ah, das ist ja brutal. Endlich muss ich Angst haben, dass er absäuft. So. Jetzt sind wir schon mal so. Nochmal saveen. Ich Angstschisser. Ja, ich weiß. Ach so, schon besiegt. Na dann. Gar kein Kampf mehr mit Dr. Günther Rothbart. Pinguine und Weißwürste. Eine sehr schöne Kombination. Haha. Powercheater. Starlight Zone hört sich sehr hübsch an und sieht auch sehr hübsch aus. Ich würde sagen, das erste Level machen wir noch. Das nehmen wir noch mit. Und danach beende ich die heutige Session. Ach, Sonny Quir. Extra leben. Zu spät. Schade. Das hätte ich jetzt gern gehabt, aber ich mache ja eh hier. Loading. Warte mal. Das machen wir jetzt auch gleich mal. Ein Quick Save. Looping. Eine Achterbahn. Hey. Wie ist das denn? Oh. Da ist er in der Abgrund gestulpt. Stulpt. Stulpt. Gepultert worden. So. Hier ist er noch besser hier oben. Die Bonus Zone. Ein Ventilator. Oh. Hoppala. Die mag ich immer gar nicht. Okay, hier darf ich nicht weiter. Huah. Feuer. Sehr tricky hier alles. Mein lieber Scholli. Ach, toll. Kann ich doch nicht wissen. Leute, Leute. Juhu. Ich mache nochmal ein Save. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Juhu. Sehr hübsch hier alles. Ah, Zehner Ringding. Der Ventilator will mich nicht lassen. Aber ich will das Zehner Ringding. Ding Ding. So ein kleiner Tisch Ventilator. Geht's noch? Ach, daneben nicht. Da nehme ich nur den hier. Boah. Ich habe eine Bildmaschine. Geschafft. Macht bisher einen leichten Eindruck. Sieht auf jeden Fall schöner aus als die letzte Welt. Diese Labyrinth Zone. Die ging mir ziemlich auf den Senkel. Starlight Zone Act 2. Damit beenden wir der heutige Session. So. Controller kann ich wegleben. Und dann geht's morgen weiter in alter Frische. Bis dahin. Macht's gut. Und tschüss. Und dann geht's. Immer wieder.